Das sollte reichen. Folge mehr. Halt, Fremde! Das ist Privatgelände. Was habt ihr hier zu suchen? Der Vater des Verstehens leitet uns. Dich erkenne ich, aber nicht den Wilden. Er ist mein Sohn. Ein wildes Früchtchen gekostet, ja? Frei mit euch. 種weiß' Klassische Künstler wie ist es der nephew sein? Nein. Langbasische Künstler Künstler An Verschlossen. Gib mir einen Moment. Es muss befremdlich sein, von meiner Existenz zu erfahren, wie du es hast. Ich muss sagen, ich bin neugierig, was deine Mutter von mir erzählt hat. Ich habe mich immer gefragt, wie mein Leben verlaufen wäre. Wären wir zusammengeblieben? Wie geht es ihr eigentlich? Tod. Ermordet. Was? Das tut mir sehr leid. Es tut ihr leid. Sie verbrannte bei lebendigem Leib. Ich vergesse nie ihr Gesicht, als sie mich fortschickte. Charles Lee ist verantwortlich für ihren Tod. Auf deinen Befehl. Und es tut dir leid. Unmöglich. Ich gab keinen solchen Befehl. Sogar ganz im Gegenteil. Sie sollten die Suche nach den Vorläufern abbrechen. Wir mussten uns praktikableren Zielen zuwenden. Es geschah. Und ich kann es nicht vergessen. Benjamin Church, ihr seid schuldig des Betrugs am Templerorden und der Missachtung unserer Prinzipien zur eigenen Bereicherung. In Anbetracht eurer Verbrechen verurteile ich euch zum Tode. Jetzt! Ihr seid zu spät. Church und die Ladung sind längst fort. Und ich fürchte, ihr werdet nicht in der Lage sein, ihnen zu folgen. Wir wählten die Seite des Siegers! Die Briten gewinnen diesen Krieg! Das waren Prinzipien immer wichtiger als Profit. Vielleicht zerbröckelt euer kleines Reich genau deswegen. Einen schönen Traum hattet ihr da. Doch es war nie mehr als nur ein Traum. Seht, wie dieses Halbblut kämpft. Wie ein wilder Hund. Bringt ihn mal lieber zum Schweigen, Jungs. Diese zwei! Schnappt sie! Hier drüben! Lasst sie nicht entkommen! Packt ihn! Den Indianer auch! Schnappt sie euch! Den da! Untern Halbblut! Umstellt sie! Den kann ich nicht versuchen! Wo ist Church? Ich sag's euch! Alles, was ihr wollt! Aber versprecht mir, mich nicht zu töten! Du hast mein Wort! Er brach gestern auf nach Martinique. An Bord eines Handelsschiffes namens Welcome. Das halbe Schiff ist voll von den Sachen, die er den Patrioten gestohlen hat. Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre! Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Euer Versprechen! Er hat es ja auch gehalten. Gehen wir. Er, das ist eine Unterhaltung. Wir müssen schleunigst hier raus. Was du nicht sagst. Das ist nicht der Moment zum Herumdrütteln. Das ist nicht der Moment zum Herzen. Das ist nicht der Moment zum Herzen. Das ist nicht der Moment. Das ist nicht der Moment zum Herzen. Das ist nicht der Moment zum Herzen. Das ist nicht der Moment.